Die Brille ist sehr wichtig, dass sie sich nicht mehr so auf dem Weg gehen. So, alle schön mit reingefahren, dann wollen wir mal. Herzlich willkommen nach Bord. Und Sie müssen die Brille gut festhalten, sonst verlieren Sie die. Wir starten. Wir starten. Wir starten. Ich weiß gar nicht, wie ich gesagt habe, für euch die Welt auf den Kopf zu stellen. Ich freue mich schon, ich gehe jetzt nach oben und nach unten und nach links und nach rechts. Ihr werdet schreien. Ihr werdet reichen. Ihr hofft mal nicht, dass ich einige übergeben muss. Und ich werde es genießen. Wir wünschen euch viel Spaß. Jetzt geht es los. Hey, warte, 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 hey, ruhig, komm, ruhig, komm, mach doch nicht ganz so schnell. Aber du wirst mich nicht von dem Tier jetzt nicht ausspießen lassen oder was, mach mal langsame die Tour. Wir probieren das Ganze erstmal schön geschmeidig aus. Eins nach dem anderen. Erstmal ein bisschen schräg, ein bisschen schaukelspaß und los geht's. Mit der einen Seite, dann mit der anderen. Na komm schon. Bringt euer Publikum zum Lachen nach oben. Los geht's, Baby. Nach vorne und nach hinten schweißen. Nur mit der linken Seite drehen. Und ein ganz geschmeidig rückwärts im Kreis. Los. Keiner weiß, wo es lang geht. In der einzigen Schaukel seiner Art. Mann, ist das ein geiles Ding. Zieh an. So, warte, 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 warte. Warte doch mal ein Sekündchen. Wie schaut ihr auch so um eigentlich? Wolltet ihr noch mehr? Ey, guck mal, ihr seid ja richtig geil draufsaugen. Das ist geil. Ich fühlte es so krass, so geil, ne? Du reißt dich sofort hinten so runter, denkst dir schon so, ach du, die Bescheid. Dann soll man fahren und dann alles gut. Egal, ich hab Spaß. Wollt ihr noch mehr? Ja, ich wollte noch gleich eine Frage. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Tut mir leid, ich hab noch gute Normen. Und los. Aber warte, 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 stopp. Wie wollt ihr eigentlich fahren jetzt? Guck mal, wir können so machen. Entweder ich tue euch gleich so ganz langsam rumdrehen. Und wenn er nicht mitrechnet, reißt du ihn mit voller Bucht nach vorne und schmeißt ihn nach vorne weg. Das fühlt sich ungefähr so an, der drinnen hinfliegen will, ist auch zwölf Metern höher. Aber ohne das Aua machen. Und Aktion Nummer zwei. Lassen wir den Rindwert auf den Boden runter schneiden. Eins oder zwei? Eins. Oh, gute Ball, gute Ball. Du bist ruhig, du hast keinen Geschmack, der ruhig. Nein, ist gut jetzt hier. Wir haben doch keinen Geschmack. Egal, die wollen nicht. Einen, bitte. Komm, entspannen die Nummer 13. Ist alles gut, du schaffst das schon. Naja, hoffentlich. Oh, das ist das, was ich meinte. Ja! Und heute gibt's noch mehr davon. Letzte Runde, Baby. Letzte Tode. So Leute, ruhig, schluss mit Lustig, schluss mit Lustig. Wir haben den Spaß geschafft, da sind wir wieder. So Leute, ruhig, schluss mit Lustig, schluss mit Lustig, schluss mit Lustig, schluss mit Lustig.